Nummer 1 ist die Eurum AC3501. Dieses neue Modell von Eurum hat eine Kühlleistung von 3500 BTU und bis 4200 BTU pro Stunde im Turbomodus. Sowohl das Innen- als auch das Außengerät arbeiten mit einer angenehmen Lautstärke. Der integrierte Luftentfeuchter trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei. Feuchte Luft gleitet die Wärme besser als trockene Luft, wodurch wir Hitze stärker wahrnehmen und mehr schwitzen. Gerade an heißen Tagen macht es einen sehr angenehmen Unterschied. Mit der Zeitschaltuhr wird die Kühlung effizient nach deinem Zeitplan gesteuert, genau dann, wenn du es brauchst. Das integrierte Thermostat ermöglicht dabei eine präzise Temperaturkontrolle. Bedienen kannst du die Klimaanlage über die Eurum Smart App, die Fernbedienung oder das Display. Beachte, dass du für die App-Steuerung in einem WLAN-Netz sein musst. Die Energieeffizienzklasse B und das verwendete Kühlmittel R290 sorgen für eine umweltfreundliche Kühlung. Insgesamt ist die Eurum AC3501 für Räume bis 30 Quadratmeter geeignet und kann hervorragend in Wohnwagen, Wohnmobilen und auch Booten genutzt werden. Es ist meine Empfehlung und vermutlich eine der besten Wohnwagen-Split-Klimaanlagen, die es derzeit zu kaufen gibt. Bei Amazon gibt es derzeit ein Rabattangebot, das ich dir in der Videobeschreibung verlinke.